aber nicht mehr du hast irgendwas mit G gesagt ich hab gesagt Frozen ist Traitor weil er hat irgendwas mit Garten Patrick hat's gehört und Garten ist ja der Name ja ich hab nämlich aus Versehen mit der Trailer der stand hinter mir und hat auch auf mich geschossen ja klar als Traitor hat sich das angeboten ja aber deinen Namen hab ich nicht gesagt ich weiß auch nicht wie Chris Robert auf deinen Namen kommt ja weil der auf den geschossen hat und ey, hör doch mal zu negerle wo der andere sagt, Christopher ist gemuted ihr hast ne Smokinage, trink ich dir warum will ich ne Mc10? ich will ne Mc10 Mc10 ist OP ich hab ne Mc10, die ist aber leer ich hab ne volle jetzt hab ich sie nicht mehr hallo, ich nehm jetzt auch mal hallo diesmal mit Detective ohhhh ohhh 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 du hast ja schon Menschen getötet anscheinend what the fuck, alter warum schießt der direkt auf mich? alter äh äh was war falsch bei dem? mit der ohne Grund erstmal auf mich drauf schießen ne ne, so geht das nicht ich weiß nicht was ich glaub ich weiß nicht was ich glaub hm hm wer lieb denn jetzt noch? weiss uns schon alle tut das hat mich ein wenig erschreckt what the fuck schon scheiße ich hab' den A hatte ne wie meine die D A? ich hab' die D A von Ice-Doggle genommen und dann? ja und dann wo sich jetzt du Traitor bist ja und dann wo sich jetzt du Traitor bist ne, ich sterbe es Patrick Miles sehr gut sehr gut ja, Frozen sehr gut und denk dran wenn ihr tot seid nicht reden sehr gut Frozen was war denn? du wolltest nur nochmal anmerken ey du hast mich abgeschossen ey du hast mich abgeschossen ja du hast mich abgeschossen ja hat dich das nicht gewundert dass du ruhig vor mir standest ich mit einer Shotgun in der Hand und dass ich dich nicht getroffen hab hehehe eigentlich ja du hast auf mich ja geschossen ja ich hab über dich geschossen ach so ich hab mir gedacht halt warum schießt der dann hab ich auf dich auch geschossen ich hab gedacht wir können das hier mal friedlich klären aber nein warte mit Wörtern ja genau Wörter sind überbewertet ich gehe recht noch als Traitor mit äh mit Wörtern ja ich weiß ich will immer zu Argumentieren auch um ich mag dich nicht in einer Stelle einfach tot um du Dora-Mongo ich mag dich nicht ich gehe nicht in der Woche du Dora-Mongo ich mag dich nicht ich mag dich nicht Gatinos ist Mörser dir was willst du? Mörser mit Licht Morsen heißt das Mörser nein Mörser dich ein Mörser dich ein Mö Mörser ich bin in der Woche ich glaube ich verstehe was er meint weil wir gerade drüber geredet haben äh ich hab die Löt ja pass auf ihr geht an den Tester ach komm ohne Tester Tester ist generell scheiß Tester ist wirklich langweilig Tester kann man ab und zu mal machen aber aber wenn nur bei einer Person Tester ist die Pflicht aber die Vertraue ich jetzt kann Tester Tester da kommt noch einer wenn ich sie gekommen dann muss mir nicht vertrauen aber ich finde das schon scheiße wenn wir sieben Leute und der Tester reingehen nein wenn du möchtest okay wenn ich sterbe es ist Patrick okay wie der verliebte Alter da bin ich sicher dann wenn ich sterbe es ist voll kacke du musst da nicht reingehen wenn du nö nein eigentlich ist das sinnvoll mit sieben Leute wenn man nicht stirbt zwei müssen bei wem man als sechs in der Nähe war es hat seine Form und seine Nachbarkeit dann sagst du einfach ich will Patrick unterwirken wenn du still bist nein wenn ich sterbe es sei bis auf jeden Fall du ja auf jeden Fall na ich kann mich nicht mehr 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 ja ich kann mich nicht mehr wer schießt denn da wer von euch mal direkt ja oh scheiße oh scheiße ich wollte gerade sagen wenn ich sterbe dann ist es der und der aber nein ich hab mich davon gekillt ja ich hab den Atektor gekillt ich hab den Atektor gekillt oder? auf Versehen das passt doch ich hab auch Atektor gekillt du ist voll vor mich ich hab glaub ich für den Atektor gekillt Gartino mit welcher Life spielst du da grad rum? ich glaub du bist Traitor Gartino das ist ein Ort wie möglich ich sagen wir lassen es komplett mit dem Tester sein weil mit fünf mit sieben Leuten das darf man gehen dann schon bis hin irgendwie den Spaß damit sieben Leuten kann man Tester bei einer Person machen maximal ja bei 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 die Täter auch beim Detektiv darf man das machen was sonst nicht damit können einfach mit sonst nicht ja der wird die EOp er EOp er Logo gerέle werfe ich habe ich habe ich kann euch nichts schß ich bin die aber ich habe noch nie detektiv gespielt was ich muss gar nichts machen einfach rumschreiben Hallo Phantom und wie geht's dir heute das ist der Detektiv ich bin der Detektiv der Detektiv 4, ok, danke kauf du mal die One-Shot-Waffen gibt sie mir die haben aussehen die haben aussehen das ist auch nur One-Shot-Waffen das wär komisch Clue ich töte dich jetzt gleich dann töte mich, ich bin ja Inno dann töte mich wenn du das schon so sagst, dann bist du auf jeden Fall weiter darf ich ihn töten? dann verlierst du kein Karma bitteschön hey Phantom jetzt ingstig ich weiß schon gar nicht mal wo ich langlaufe ok, ja gut jetzt kommt es mir nicht mehr hinterher ich lauf auch nur noch blind durch die Gegend ist mir egal wo alle sind Sani schießt auf mich nein gar nicht das hat man jetzt richtig raus gehört tötet ihn hallo Sani K.O.S ähh ich glaub ich hab einen Traitor ja gefunden von wen? Sani K.O.S weiß ich eigentlich keine Ahnung da oben hinter dir schießen sie alter wie viele Schotts willst du mir bitte äh aushalten ja Rüstung eben alter ich hab dir doch einen Deagle Headshot gegeben haha ok ich bin leise ja Gontius da du dich getötet hast hab ich die Leiche observiert und konnte sehen dass du Traitor warst so war es ja gar nicht auffällig gewesen dass Gatenus mich unbedingt umbringen wollte äh ich hab schon gedacht das fällt auf haha ja so Wohne bringt ihn um einfach weil ist halt so ist halt so wenn wir denn in zwei Runden wird die Map gewechselt yay sehr gut endlich weil die Map ist da muss ich meine Brighton wieder unterstellen ey ja verletzen ja ich finde das so schön dass ich im Ladebildschirm was weiß ich 120 Frame habe beim Laufen wo ich das nicht 120 beim Ladebildschirm beim Ladebildschirm hab ich aber auch ich hab ne Mac 10 wo sieht man so deine Frames bei Open Broadcast ne bei Open Broadcast ne bei Open Broadcast ne weißt du noch gar nicht wahr gar nicht sowas keine ja ich bin zu 500 doch ja dann läuft es aber die natürlich weil wir haben es wirklich noch ein Zermann bis ins Texte ist bei der Gruppe ich will auch geteilt sein du darfst du nicht schnell wenn man einfach was sein wird mich schneller wird keiner bemerkt aber wenn er verkackt aber leider bin ich in Ordnung deswegen tötet sich nicht es ist FF bei dir ist Sani jetzt kann ich mich mal für Family Fernandes das ist das ist eine Gruppe von von Freunden von mir Leute ach da brennt also FF fliegt für mich nur für äh nur fremdst du sie ah ich wurde angebreuert ja also ich auch wette unten fährt hier ne Brennkammer dringeschmissen oh Brian sie viel Feuer sehen da unten hier unten Mütter Patrick was Sani nicht immer Trater wenn er nicht Detective ist es sind doch alle Sani ist auch Trater ok wo ist er zuerst hihihi mh dumm ist nur wenn der Typ hinter allem in der Shotgun steht hihihi 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 das war gar nichts Sonny von dir wir leben dann nicht hihihi aber Premium ich lebe so gerade Phantom gib mir nicht mehr Station die liegt beim Tester die liegt beim Tester hallo 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 die liegt im Tester mir gefällt nicht dass du da oben snipest ich hab mir ein backhand alter ja voll der Snapper ja voll der Snapper voll der Snapper ich leuchte durch den Weg wir müssen richtig hart auf Snapper oh ja oh Gatenus ist Endo ja ich hab doch gerade rumgeschrieben da sie angeschossen werden ja das kann ja auch Tricks sein ja genau weil ich auch so ein Trickster bin Patrick willst auch in den Tester rein Patrick äh wie geht's ich gehe in den Trickster ja jetzt sehen wir es äh wie auf den Knopf drücken auf den Knopf äh ok wer schießt da ich glaub einer der nicht ok da wir alle drei Innos sind äh heißt das dass unser Traitor irgendwo oben rumrennt gerade ja ein Greil das ist die beste Verhaltung das dürfte dein Eistudel sein hallo Holzer Holzer ich will ihn noch drücken Wasser glaube ich ich sehe so wenig unter Wasser nein nein getroffen äh er war grad irgendwie voll nicht ungewöhnlich Alpatrick oh ich hab's auf ich kann nicht auf ich kann nicht auf scheiß Detektiv ich kann nicht raus oh Mist ich bin wieder der letzte Überlebende ich bin wieder der letzte Überlebende voll war wichtig vor echt die ganze Zeit oh da 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 ich fand Sanis Aktion am besten ich schieß noch gar nicht auf ihn erst mal warten ich glaub's da nicht das Erinnerung ist auch wenn er andere abschießt ich hab doch gesagt Sanis immer Trater wenn er nicht Detektiv ist zwar in der letzten Runde auch in der letzten Aufnahmesession mit ihm Dani also egal wer egal was los ist Sanis Töten versteht das richtig nicht ja richtig ja danke außererst Detektiv dann wissen wir das was das auf jeden Fall ist ja außererst wenn der Traitor ist dann nicht Töten oh 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 was nein 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 Hi Phantom Hi 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 Ich, bin aus der Seite Detektiv Yay jetzt musst du alle sagen was ich mache bringt euch gegenseitig um oh Näh Jetzt müssen wir alle sagen was du machst wer schießt da ich wusste es doch, Sunny Strater Sicher? bleib doch stehen nicht mal Prozent er zieht sich bei Paas als Kredita ja ich bin ich bin mir jetzt ich bin die Minderheit für die Klopfen ist da und gehen und jetzt wissen wir alle auf den anderen er ist dabei ist aber ich fahr lieber U-Bahn Prozent durch die Ferne mit Toiletten an du kommst nicht mehr raus es ist egal ich will nicht Mainstream sein er hat er ist gebraucht soll wenn er sich in der rote er ist es nicht immerhin gefangen das wort ist das auch so ging zehn sekunden ab als er wirklich hier bleibt dann habe ich das trotzdem gewonnen näher das ist noch da nur auf k zu noch 15 sekunden 50 15 10 Ich sterbe gleich, ich bin im Dings gefangen und werde sterben. Hallo. Bitte stehen, ich bin hier. Nein. Ich habe nur eine Hand zwei.